Hallo und Willkommen, ich bin Pietro Savonaro und wir spielen Dios Ex Und nach meiner Desorientierung, letzte Runde, hoffe ich mal, dass wir jetzt ein bisschen flüssiger durch die Stadt kommen hier Ich renne jetzt einfach erstmal zum Mainquest, der scheint näher dran zu sein Weil ich auch irgendwann gerne mal in die Lipklinik würde, zweiten Praxispunkten Sieht aus wie ein Bordell Sieht immer mehr aus wie ein Bordell Das ist ein Bordell Ich kann diesen Monat kaum die Miete bezahlen Willkommen im Club, Liebling Gott Zugriff gewährt Oh, ich habe sogar noch die 200 Quelle zu bekommen Okay, weh 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 Sieht aus wie ein Bordell Oh, es wird kein Problem Einen Tresor... was machen wir da? Es ist keine Zwischenzumstufe, ey Okay wir müssen nach unten, aber da oben ist auch ne Datenbank Wir nuken die Dann gehen wir nach da Verstärken die Bauen die aus Verstärken die Verstärken unsere Hauptmaze Das ist noch schnell nach unten Das habe ich ganz verpinnt Schnell den Spam-Owner Ah, sichern Zulgriff gewährt EP und Geld, cool Und Geld Und Pistolen, Munition Alles in Ordnung Spinnt Werd er wohl von Energy Regal noch Platz haben Guck mal, jetzt bauen wir uns eine Schockmine Und schon kriegen wir Ja, Cyberboost Energy Regal rein An deiner Stelle würde ich nicht drauf gehen Warum nicht? Nein, sag nicht Hey und Edgar streiten schon wieder? Ja Und du weißt, was das bedeutet Ja Edgar ist mies drauf Echt schade Oh nein, jetzt sag nicht Ich habe mein Portemonnaie bei May vergessen Ich habe dir gesagt, ich kriege keine Augmente Nichts dafür Unsere Kunden würden viel für ein Augmentiertes Mädchen bezahlen Du könntest eine Menge Geld verdienen Dann sag deinen Kunden Sie sollen sich augmentieren lassen und sich selbst picken Ich bin sicher, das haben schon May, hör zu Nein May, Kundschaft für dich An die Arbeit Tut mir leid, Sir Ich wusste nicht, dass May einen Kunden hat Sie sind kein Freier, oder? Woran sehen Sie das? An ihrem Gang, ihrem Auftreten Und wie trete ich auf? Wie ein Polizist Oder ein Soldat Wie ein Geschäftsmann Gut geraten Also, warum sind Sie hier? Ich habe Ihren Streit gehört Worum ging es dabei? Ich soll mich augmentieren lassen für einen Freier Das ist krank Wenn die mich anfassen, kündige ich Klang nicht so, als würden Sie das zulassen Tut mir doch nicht Ich habe ziemlich viel Glück Ich bin schon am längsten hier Das hat Vorteile Aber die neuen Mädchen Die haben nicht so viel Glück Wie meinen Sie das? Sie werden zur Augmentierung gezwungen Das ist übel Eines der Mädchen hier, Ning Sie ist seit Tagen verschwunden Ich fürchte, die haben Sie gezwungen, sich augmentieren zu lassen Sie scheinen ein guter Mensch zu sein Ich bin verzweifelt Bitte Helfen Sie mir? Ich bezahle Sie auch Details Was soll ich machen? Es heißt, die Mädchen werden unter Drogen gesetzt und nach Daigong gebracht Dort warten Sie dann, bis der Arzt kommt Ich möchte, dass Sie sie finden Finden Sie raus, wo Ning festgehalten wird Ich hoffe, es ist noch nicht zu spät Sie sagten, Sie bezahlen mich Über welche Summe reden wir hier? Wenn Sie Ning befreien, zahle ich gut Tausend Credits Mehr, wenn Sie mir noch einmal helfen Okay, angenommen Okay, ich helfe Ihrer Freundin Danke Ich wusste, ich habe mich nicht in Ihnen geirrt Mr... Jensen Mr. Jensen Ich fürchte, wir haben nicht viel Zeit Sie müssen Ning finden, bevor die Sie an die Kette legen An die Kette? Ja, so nennen Sie es Sie behalten die augmentierten Mädchen unter Kontrolle Indem Sie sie mit Neuropulzin versorgen Ich weiß nicht, wo Sie Ning festhalten Aber sie muss irgendwo in Daigong sein Eine Ortsangabe wäre hilfreich Wie gesagt, mehr weiß ich nicht Aber es gibt hier einen Rausschmeißer Chun Li Er arbeitet für diese Leute Er geht oft aufs Dach zum Rauchen Suchen Sie ihn dort Vielleicht können Sie ihn ja überreden, Ihnen das Versteck zu verraten Alles klar Ist das jetzt der Main-Quest? Nö Ach, der ist hier nebenan Oh Du warst echt irre, Baby Jensen, gibt's schon was Neues? Ich hasse es, im Dunkeln gelassen zu werden Ja, ich habe Van Bruggen gefunden Anscheinend hat Taijung Medical ihn und die Söldner angeheuert, um uns zu destabilisieren TYM? Denen gehört bereits der Löwenanteil des weltweiten Augmentierungsmarkts Wozu Van Bruggen? Um den Rest auch noch zu kriegen Hoffentlich kann ich das bewahren Eisen, wenn ich Van Bruggen diese Smartcard zurückbringe Wenn Sie Verstärkung brauchen, sagen Sie Bescheid Kannst du sagen, ich habe da die Quest gemacht So, dann wollen wir mal nochmal kurz aufs Dach gehen mit den komischen Typen und dem Raucher reden Das sind ja meine Freunde auf dieser Welt, die Raucher Ah, da ist er ja Zisch ab, bevor ich dich umlege Ich muss mit Ihnen reden Aha Worüber? Ning Versuchen Sie es mit dem Telefonbuch, gibt hier ja genug Ihre Freunde halten Sie fest Es würde sich für Sie lohnen, wenn Sie mir sagen, wo Für mich lohnen? Ja, mag sein Dann lassen Sie mal ein paar Scheine sehen Vielleicht verrate ich Ihnen dann, wo Sie sie finden Ich bezahle Sie nicht Ihre Entscheidung Aber kommen Sie nicht auf die Idee, mich auszunocken oder so Ich trage diese Informationen schließlich nicht einfach so mit mir rum Und jetzt verpissen Sie sich Wer spricht denn von ausknocken? Ich danke dir Du hast mir wahrlich gute Dienste Geleistet So Und jetzt möchte ich die Limbklinik finden Das 0. Level Okay, wir gehen erst mal irgendwo runter Und jetzt Was ist hier hinten noch? Ne gefunden. Oh! Habe ich nur die Waffen? Scheiße. Du bist im falschen Teil der Stadt, Laowai. Verschwindet. Hm, vielleicht von unten. Das waren diese komischen Elders Garden. Ich habe das Gefühl, hier kann man nur für TYM arbeiten. Limbklinik, rechts. Da ist wieder ein Wegweiser. Steht sie noch drauf? Ja, okay. Dann gehen wir erstmal da lang. Oh, da steht's. Limbklinik, links. Da, da ist das Zeichen. Geil, geil, geil. Augmentierung, ich komme. Ich frage jetzt, was kaufe ich mir. Ich glaube, ich kaufe mir dieses Icarus-Landesystem. Dann kann ich erstmal von überall runterjumpen, wo ich will. Schaden macht das, glaube ich, auch. Limb International heißt sie willkommen. Sie sind Vorzugskunde? Wählen Sie, was Sie wollen auf Computer. Wählen Sie, was Sie wollen auf Computer. Kaufen. Nice. Sie sehr willkommen, Sir. Sie sehr willkommen. Ich nicht gut sprechen. So, raus an die Natur. So, und da gucken wir mal. Ja, jetzt kaufe ich mir das Icarus-Landesystem. Lass mich eigentlich gleich mal ausprobieren irgendwo. Oh, da hinten. Oh, ich weiß, was wir machen. Ausprobieren. Lade schneller, Mann. Lade schneller, lade schneller. Alter, das dauert. Könnte man ja nebenbei irgendwie noch Tretos spielen oder sowas. Na, endlich. Autos-Helf hat auch gemacht. So, ich weiß, was will ich kaufen? Hier. Ich kaufe aus Landesystem. Geil. Geil, geil, geil. Warte mal. Das heißt, Mr. X, ich müsste ihn an seinem Outfit erkennen, okay? Gehen wir mal wieder rein. Geil, geil. Ich tippe auf die Nannerecke. Oder der hier? Ich habe sehr lange auf diese Operation gewartet. Endlich, es wird wahr. Jetzt werde ich es zu etwas bringen. Hier gibt es viele Leute. Ich hoffe, sie haben Zeit zu sehen. Ich liebe Ihre Geräte. Ich weiß, diese wird mir viel mehr Zeit geben. Das ist sehr komisch. Aber wenn Sie nach Hohen Sáh fahren müssen, dann müssen Sie noch mehr Geld machen. Sie sind nach Hohen Sáh zu machen. Ich habe nicht mit den Menschen gesprochen. Ich denke, ich bin wegen dieser Schuss. Ich bin sehr gespannt. Der Typ hat gar keine Bitmasse mehr. Wer ist denn? Diese Straße ist eine sehr interessante Argumentation. Die Weltkriegungsteuerung. Wie erkenne ich den jetzt? Ich weiß nicht, wie es passiert. Ich weiß nicht, wie es passiert. Ich gebe ja die Hoffnung nicht auf, dass man irgendwo mal einen Praxispunkt findet. Aber in Anbetracht dessen, dass man sowieso bloß Waffen und Dings braucht, dass man sowieso für Geld nur Waffen und Praxispunkte kaufen kann und Erfahrung auch bloß für Praxispunkte dient, ist es eigentlich nicht so ratsam, Praxispunkte selbst zu verstecken. Die Stadt ist der Allgemeine der Allgemeine. Ganz schön. Aber wenn man in Hohann aufbauen muss, muss man stärker werden. Ich weiß nicht, dass wir das nicht mehr machen müssen. Ein Moment! Ach, Sie sind kein Harmeister. Die Typen haben mal aus Lim-Kliniken gepackt. Sie sprechen Englisch? Ich habe sehr lange auf diese Operation gewartet. Endlich, es wird wahr. Jetzt werde ich es zu etwas bringen. Ich weiß nicht, was ich machen soll. Gott, bin ich schlecht. Sehen Sie nicht, dass ich beschäftigt bin. Nerven Sie jemand anderen. Warum sollte ich etwas anderes sagen? Ja. Sie hätten sagen sollen, Tod und Leben haben Ihre Bestimmung. Und dann sage ich, Reichtum und Ansehen hängen vom Willen des Himmels ab. Okay. Tod und Leben haben Ihre Bestimmung. Reichtum und Ansehen. Ach, vergessen Sie es. Sie haben es vermasselt. Egal. Geil. Wir treffen uns vor der Klinik. Dort können wir ungestört reden. Gehen Sie an der Vorderseite nach links die Treppe runter. Ich warte an der Ecke auf Sie. Noch 600, ähm, EP, dann habe ich schon noch einen Augmentierungspunkt, Praxispunkt. Schlag mich tot. Wie auch immer. Ach ja, der lebt ja immer so Ewigkeiten. Mann, das ist doch nicht dein Ernst. Oh, ist das was passiert. Das passiert mir zwar nicht oft, aber es scheint mir zu sein. als wüsste ich eine früheren Reise. Hierher! Kommen Sie schon! Das war ja eine ziemlich holprige Begrüßung. Ist Ihnen klar, dass ich hier Kopf und Kragen riskiere? Tut mir leid. Ich bin neu in der Agentenbranche. Okay. Ich hatte eigentlich jemand anderen erwartet. Es hieß, ich würde mich mit einem Mädchen treffen. Woher soll ich wissen, dass Sie kein Hochstapler oder Doppelagent sind? Denken Sie nicht, ich wüsste nicht, dass das alles eine raffinierte Falle sein könnte? Nichts für ungut, Mr. X oder wie auch immer Sie heißen. Aber ich habe nur wenig Zeit. Geben Sie mir einfach, was ich brauche und schon bin ich wieder weg. Ja, ja. Ich habe ihn hier. Evelyn Carmichael's Autopsiebericht. Hier, nehmen Sie ihn. Danke. Sie werden diese Informationen doch sinnvoll nutzen, oder? Um die Gerechtigkeit ist es neuerdings nicht gerade gut bestellt. Mir blutet das Herz, wenn ich sehe, wie diese Stadt, die einmal ein Zentrum für Reformen und den Kampf gegen unsere kommunistische Vergangenheit war, mehr und mehr in Bürokratie und Korruption versinkt. Aber die Korruption kennt man von ihren westlichen Regierungen, ja. Wenn Sie das sagen. Jetzt muss ich aber wirklich langsam los. Tja, dann reden wir mal über mein Honorar. 1000 Credits waren vereinbart, wenn ich mich nicht irre. Oder etwa nicht? Äh, nein. Ach, und noch ein Tipp. Wenn Sie von jemandem Geld wollen, geben Sie ihm nicht, was er will, bevor Sie versuchen, ihn zu bescheißen. Was? Was? Heißt das, Sie bezahlen nicht? Aber ich habe für diese Akte viel riskiert. Verbuchen Sie es als Lehrgeld und verschwinden Sie. Sie... Sie... Mistkerl! Das werden Sie bereuen! Irgendwann! Ja, und... Merken Sie sich meine Worte! Hä? Man sieht sich. X. Das ist schade. Haha! Das hat mir gefallen. Das hat richtig Spaß gemacht. So, ich will eigentlich zurück zu diesem... Ah, ja doch, hier bin ich langgekommen. Genau. Und jetzt weiß ich auch, wo ich probiere zu jumpen. Selbstmord! Das reicht nicht. Muss noch tiefer fallen. Das sollte reichen. Ne, das reicht nicht, das inzwischen eben, ne? Nice! Das gefällt mir. Jetzt gibt es da bestimmt irgendwo einen Eingang, wo ich die Typs nach retten kann, oder? Komm schon, lass mich nicht im Stich. Perfekt! So! 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 Gott, ich bin zu schlecht! Oh, ich bin zu schlau. Oh! Ich bin zu schlau. Teil der Flamme auf! Verschwinden! Lassen Sie mich! Hey, blöd, mal ein Info vom Boss Narkofe, dann geb ich dir Kleinen. Okay. Das ist geil, wie die sowas immer nicht löschen. Gehen Sie weg! Ich will trotzdem hacken. Macht mehr Spaß. Lassen Sie mich! Gehen Sie weg! Zugriff gewährt. Wer... wer sind Sie? Ihre Freundin May schickt mich. Sie meinte, Sie stecken in Schwierigkeiten. Sind Sie verletzt? May, ein Glück. Und nein, mir geht's gut. Die haben mich nicht angefasst. Noch nicht. Aber wenn Sie nicht gekommen wären... Wie haben Sie mich gefunden? Ich hab mich umgesehen. Ich bin ziemlich hartnäckig. Ich... ich muss hier raus. Sind Sie wirklich okay? Kommen Sie allein zu Recht. Ja, ich danke Ihnen. Wer Sie auch sind. Vielen, vielen Dank. Ich muss gehen. Weg aus dieser Stadt. Weit weg von diesem ungeheuer Chen. Sagen Sie May. Sagen Sie ihr... Danke. Für alles. Ich verdanke ihr... Ihnen beiden mein Leben. Wie rührend. Und was sind wir das? Boah. Nichts. Ich glaub, den kehren wir nochmal zurück zum May. Welcher Quest ist denn das? Malek, ich hab gerade den Autopsiebericht bekommen. Keine Drogen oder Alkohol bei Evelyn. Und die Todeszeit passt nicht zu Lees Aussage. Sie starb an einer Kopfwunde. Aber nicht an der, die zu den Beweisen am Tatrot passt. Ich wusste es. Es konnte nicht einfach nur ein Unfall sein. Da ist noch etwas. Evelyn war schwanger. Malek? Ich bin noch da. Ich... Damit darf er nicht durchkommen, Jensen. Er ist schuldig. Er muss es sein. Können Sie zu seinem Apartment gehen? Um was zu tun? Holen Sie Beweise. Holen Sie irgendwas. Ich schicke Ihnen die Koordinaten. Na, wie das Spiel mit dem Typen ausgeht, ist doch klar, oder? Wer tötet, wird getötet. Oh, er dauert im Kreislauf ein Kreislauf. Irre. Okay, ein Stock war zu tief. Da bin ich vorhin schon mal reingelogt hier. Und? Haben Sie Ningen gefunden? Achso, muss mal hier aufklicken. Ja, sie ist wohl auf, aber auf der Flucht. Tausende Frauen, gell? Doch, lau. Ich denke, Sie würden mich dann verlassen. Das ist doch auch ungern. Keinruf.